Meine Herren, heute sehen Sie mit Bläser abwaschen und ich mache das Bett für ihn. Und sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell und sie sehen meine Lumpen in das lumpige Hotel und sie wissen nicht, mit wem sie reden und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei so im Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird nicht stehen sehen bei meinen Gläser und man fragt, wo es lächelt, die dabei wäre. Und das Schiff mit acht Segen und mit fünfzig Kanonen, wir biegen am Kahn. Meine Herren, da wird wohl ihr Lachen aufhören, wenn die Magen umfallen liegen. Und am dritten Tag ist die Stadt am Erdboden gleich. Nur ein kumpiges Hotel wird verschont von jedem Streich und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und an dieser Nacht wird ein Geschrei in das Hotel sein, wenn man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und wir nicht reden aus dem Tier gehen morgen. Und man fragt, die hat darin gewohnt? Und das Schiff mit acht Segen und mit fünfzig Kanonen, wir befragen den Mast. Na, wir kommen hundert Kinder Tag am Hand und werden in dem Schatten tränken und fangen einen Jäglichen auf jäglichen Tür und legen ihn in den Tätten und bringen ihn mir. Und wir fragen, welchen sollen wir töten? Und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag fehlt der Schiff aus einem Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss? Und dann werden sie mich sagen hören, alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich, hoppla. Und das Schiff mit acht Segen und mit fünfzig Kanonen, wir den Spindern mit mir. Und dann werden sie mich sagen hören, wer wohl sterben muss? Untertitelung des ZDF, 2020